Wenn man mit dem Studium beginnt, ist es gar nicht so einfach, sich darin zurechtzufinden und zu orientieren. Dafür habe ich Ihnen vier Videos gemacht, die sind generell für die TRM gültig, aber sie sind angepasst auf den Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaft, Informatik, also MNI. Und Sie finden jetzt gleich eingeblendet vier mögliche Videos, die Sie sich angucken können. Einmal ein Semester im Blick, eine Semesterübersicht mit der ganzen Vorlesungszeit von sechs Monaten und wie die strukturiert ist. Dann zoomen wir rein in Ihren Studiengang, Video 2, Aufbau Ihres Studiums und gucken mal in die Prüfungsordnung. Die erzählt Ihnen nämlich ganz viel, wie ein Studium aufgebaut ist. Wenn Sie dann reingucken wollen, wie einzelne Module, also Veranstaltungen oder Fächer aussehen, dann das Video 3 mit den Lehrveranstaltungen, die das Modulhandbuch erklärt. Und dann gibt es noch generelle Regeln, Regeln, ups, generelle Regeln, die Ihr Studium organisieren und beschreiben, wie das mit Fristen ist, wie das mit Abmeldung ist. Also Ihre Rechte und Pflichte im Studium, das sind die allgemeinen Bestimmungen. Suchen Sie sich was aus und dann legen Sie los und informieren sich, damit Sie orientiert bleiben.